Die Gewinnerin von meinem Fan-Up-Event ist BlinderBandit. Und ich habe jetzt mit ihr eine Demon Slayer-Synchro aufgenommen. Viel Spaß, Leute! Wie jetzt? Sag mal, warum kommst du mir in die Quere? Hast du nicht mal gesagt, man könne sich mit Dämonen nicht anfreunden? Also, was soll das jetzt? Genau das ist der Grund, warum du bei allen so unbeliebt bist. Hör zu, ich... Ich bin nicht unbeliebt, okay? Oh, naja, also, ähm, das tut mir leid. Es war dir gar nicht bewusst, dass du unbeliebt bist, oder? Jetzt tut es mir ausgesprochen leid, dass ich das gesagt habe. Kannst du dich bewegen? Selbst wenn du es nicht kannst, musst du dich dazu zwingen. Nimm deine Schwester und flieh. Aber Giyo...